okay wir holen uns die duplikat freie kiste muss man sechs stück tauschen und die geht halt direkt auf da habe ich die ersten schon geweistert leider sind jetzt hätten wir jetzt zwei stück mehr wir gucken was wir bekommen okay nichts was wir wollen aber wir tauschen weiter okay viel interessanter ist natürlich unsere bestechung und jetzt schauen wir bitte wir haben sie wir haben die peacekeeper oh mein gott ich bin so glücklich wir haben die peacekeeper gezogen und ja jetzt kann es losgehen ja jetzt suchen wir zur lobby natürlich das ganze erst mal ohne aufsatz ich habe sie ja gerade frisch erst aus der kiste gezogen und ich bin gespannt wie sie sich spielt ich habe bisher nur ein paar mal in der hand gehabt und sie fühlte sich sehr stark an was natürlich wieder einen bitteren beigeschmack hat wenn man halt daran denkt dass das ganze eben nur durch kisten geht und ich bin bei unseren jungs in der lobby heißt so die wissen nichts davon denn ich bin undercover hier nehme eigentlich auf und spiele gegen meine jungs sorry sorry leute egal was passiert sorry ich habe keine kills dabei habe ich vergessen einzustellen als gab da glück jetzt konzentriert so 1 zack geht doch hört sich sowas von geil an mensch ich finde euch nicht jungs tot tot oh gott nagel boah mein aim ist so schlecht woher woher was noch so okay peacekeeper ich mag dich da gab es jede menge punkte da ist die erste drohne endlich mal meine war verliert sorry unter drohne da hinten okay und muss der rest schützen fest nach laden wir geil nö meine waffe ist leer ihre systeme wurden durch einen feindlichen hacker infiziert nein nein sie warten noch auf mich oh die waffe war leer aber ich habe mich auf platz 1 meinem team geschossen und deshalb wo ich die mega spitze in der lobby habe cool start war eher blöd und es tut mir leid für meine mails aber sie halten sich ja noch eigentlich gut ist das schon lustig gegen leute zu spielen gegen die man normalerweise jeden tag mit denen man normalerweise jeden tag zusammenspielt jetzt spielt man halt gegen sie aus versehen das ist halt wirklich komplett random ja aber die peacekeeper ist schon fett ja die waffe macht schon bock erste runde aber wenn die ja eh alle online sind dann gehe ich mal zu denen ich muss sagen war echt lustig als du noch schreibst du lachst locker auch ja naja wobei jetzt gleich noch mal lacht ja moin beim controller ist es richtig bitte ja beim pc könnte ich vielleicht oh der kriegt uns beide der kriegt uns beide sie spielen aber auch richtig ekelhaft die hardware mit ja ja moin ich schmeiß meine oh oh man ja 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 wobei jetzt gleich noch mal lacht ich weiß ich hätte auch torque nehmen können torque wäre eigentlich auch ein Problem ja ich probiere jetzt mal was mal mit selber wieder was ach er spielt vendetta direkt ich bin vorher drauf Mann da oben ja der ist da hoch im haken die sterben denn jetzt auch nee jetzt spielen sie alle dmrs was hat der striker jetzt vor ja ja aua der war knapp ey er ja ohne star oh jetzt jetzt bitte ho da ich auf da das putz ins gesicht so wird das auch aus ich habe es da geht doch Geht doch. Du musst dich nur so richtig anpissen. Und dann geht das auch. Dieser Striker, ne? Aber jetzt will ich die auseinandernehmen. Mein Spektrum ist bereit. Kampfflugzeug ist ready. Ich hab doch gesagt, ich hol die jetzt auseinander. Boah, hast du dich ver... Ich hab mich jetzt versteckt. Äh. Hab wieder Taktik, die Chris ist. Yo. Ach, das ist ja auch noch. Boah, 10er-Karte. So, das war's. 41,3. Ich hab mir jetzt genug auf den Sack gegangen. Und dann hol ich mich direkt einen Pfeil zur Begrüßung. Ja, er kämpft da rum, dieser Striker. Das ist so ein Taugenichts. Er kommt in der Ecke. Ey, dafür hab ich Battery geholt. Na genau deswegen hab ich Battery gespielt. Nur deswegen. Da war der Striker. Boah, ich sterbe jetzt wieder unnötig. Aber ich will jetzt einfach noch die paar letzten Kills. Fertig. Boah, Alter. Ich krieg ihn nicht. Egal, wir haben's geschafft und ich hab die 51 Skills geknackt. HAH!